Dänische Königsfamilie, Krisen sorgten 2022 Absturz in Popularitätsumfrage. Eigentlich hat Königin Margrethe, 82, immer ein Lächeln auf den Lippen. Doch die neuesten Umfragewerte der Zeitung B.T. könnten nun auch der dänischen Monarchin die sonst so gute Laune verhageln. Das Blatt hat im Januar 2022 eine Beliebtheitsumfrage in Auftrag gegeben. Das Meinungsbild unter den Leser, innen über die königliche Familie wurde im Dezember noch einmal eingeholt. Das Ergebnis könnte eine Person am Hof nachhaltig schockieren. Im Januar letzten Jahres lag vor Königin Margrethe eigentlich eine Zeit der freudigen Ereignisse, ihr 50-jähriges Thronjubiläum starnt vor der Tür. Zwar machte er die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung und schränkte die Feierlichkeiten auf drei Ereignisse ein. Dennoch gab es einen Grund zum Feiern. Doch bis zum Jahresende allerdings dürfte er die Stimmung massiv verhagelt worden sein. Grund sind zwei Ereignisse, die das Königshaus in Aufruhr versetzten. Und vor allem ein Mitglied der royalen Familie bekam bei einer Umfrage die Quittung. Verwendete Quelle, BTDK Verwendete Quelle, BTDK Verwendete Quelle, jakieś Schlange aus MR solamente,